Entscheidungen von Herrn Molles Zurückschauen sehen wir sie klarer, unsere Entscheidungen, die uns das heute bescheren. Sie winken uns zu und jeder hat viele Kinder. Eine kleine Weile haben sie uns auf dem langen Weg durchs Leben begleitet. Einige sind fröhlich, andere sind traurig. Einige wollen wir nie vergessen und wir gucken sie immer wieder gerne an. Andere können wir nicht schnell genug vergessen und von ihnen wollen wir nur weglaufen. Obwohl wir sie damals eine nach der anderen kennengelernt haben, sind sie heute alle nur Mitglieder unserer vergänglichen Vergangenheit. Doch ihre Wirkungen bleiben unschätzbar. Jeder hat mich mehr oder weniger hier zu diesem Standpunkt gebracht. Wer hätte gedacht, dass sie mich hier tragen würden? Das hätten sie auch mit Sicherheit selbst nicht gewusst. Das Leben trotz aller unserer Pläne besteht immer noch aus einem gewissen Anteil des Chaos. Das ist zumindest wie ich die Sache sehe. Schau, hier kommt eine andere mir entgegen. Sie will dringend mit mir sprechen. exactly. Vielen Dank.